Das Lymphsystem hat eben keinen Motor. Das heißt, das Lymphsystem kann ohne Bewegung einfach keine Giftstoffe abtransportieren. Dafür ist unser Lymphsystem ja da. Wenn ich jetzt jemanden, der Probleme hat, sich zu bewegen, weil er es nicht in seinen Alltag integriert bekommt, zum Beispiel sage, guck mal, du kannst noch so eine tolle Kur machen, wenn du dich nicht bewegst und dein Lymphsystem unterstützt, das dazu beiträgt, dass die Giftstoffe aus deinem Körper gelangen, dann passiert da halt nicht viel. Auch haben Studien gezeigt, beispielsweise, dass regelmäßiger Ausdauersport, wie zum Beispiel Jogging, wirklich genauso effektiv gegen Regelschmerzen helfen kann, wie eine Schmerztablette. Also wer jetzt Regelschmerzen hat, so super, konkreter Tipp, fangt an, in irgendeiner Form, wie es euch gut tut, einen Ausdauersport zu machen. Für mich war das eine Riesenerkenntnis. Ich habe nämlich immer ein Riesenthema mit Energiemanagement gehabt. Ich bin halt so ein höher, schneller, weiter Mensch und da hat mich das immer total gestört, dass es halt Phasen im Monat gab und als ich das Zyklus-System noch nicht kannte, dachte ich so, sag mal, wieso kriege ich denn überhaupt nichts auf die Reihe? Ich verstehe das gar nicht und war dann so unzufrieden mit mir selbst und seitdem ich dieses Modell kenne, weiß ich einfach, es ist so toll. Hallo Leute, zurück hier im Podcast. Willkommen zu Folge 2 mit der Lisa Stober. Herzlich willkommen, Lisa. Hi. Wir werden jetzt weiter das Gespräch fortsetzen zu dem Thema Hormonen, Antibabypille, Verhütungsmittel und so weiter. Wir werden auch in diesem Gespräch wieder sehr, sehr spannende Sachen bearbeiten beziehungsweise durchsprechen und ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Lisa. Und genau, lass uns mal einsteigen. Wir hatten in der letzten Folge schon über das sogenannte Postpill-Syndrom und so weiter gesprochen. Du wolltest gerne noch erzählen, was da so klassische Symptome sind, wo natürlich die Menschen auch erkennen können, okay, ich habe damit ein Thema und wollen dann auch klären, warum da zum Beispiel auch Akne entsteht und was es damit auf sich hat und so weiter. Und dann haben wir noch weitere Punkte auf dem Schirm. Das heißt, wenn du Bock hast, Lisa, steig direkt mal ein und erklär mal, was es für Symptome gibt bei dem Postpill-Syndrom und was du da so für eine Erfahrung hast und für eine Meinung und so weiter. Und was natürlich die Leute machen können, um da dem aus dem Weg zu gehen, dem Problem. Ja, sehr gerne. Also wichtig zu wissen, ich hatte das letztes Mal auch schon gesagt, ganz viele Frauen sagen mir, ja, Quatsch, ich habe keine Themen mehr mit der Pille. Ich habe die ja schon vor Jahren abgesetzt. Das ist ganz wichtig, dass ihr versteht, wenn jetzt zum Beispiel Probleme mit PMS und Regelschmerzen habt und das zum Beispiel, bevor ihr die Pille genommen habt, noch nicht so extrem war, dass das auch ein Postpill-Syndrom sein kann. Also es kann sein, dass die Pille noch Jahre später euer hormonelles System durcheinander bringt. Und das ist immer ganz wichtig, den Leuten es auch, weiß ich nicht, klarzumachen, dass es sozusagen nicht mit dem Absetzen dann getan ist, sondern dass eben ein gewisser Reinigungsprozess, sage ich jetzt mal, auch noch stattfinden muss. Ist nicht bei jedem so, aber kann sein. Ansonsten kann so die... Mir fällt da von meiner Frau quasi ein, dass sie damals, sie hatte die Pille irgendwann abgesetzt und hatte dann eben auch immer sehr starke Periodenschmerzen und so weiter und musste teilweise ins Krankenhaus und war natürlich für andere nicht so nachvollziehbar, weil wahrscheinlich die meisten einfach die Pille nehmen und nicht diese krassen Schmerzen hatten. Ja, die Pille wird ja auch ganz oft gegen Regelschmerzen verschrieben. Da kriege ich ja auch schon wieder einen Föhn. Wie gesagt, ich darf hier meine Meinung frei äußern. Die Pille wird ganz oft eben gegen Akne oder Regelschmerzen verschrieben als Medikament sozusagen. Wenigstens hoffentlich wird dann auch von dem Medikament und nicht einem Lifestyle-Produkt gesprochen. Aber es ist ja dann schon der Einsatz ein bisschen lifestylig oder weil man größere Brüste haben möchte oder so. Das finde ich fragwürdig, schrägstrich grenzwertig, weil gerade bei Regelschmerzen unterdrückt man mit der Pille einfach nur die Symptome. Und das ist im Grunde genommen wie wenn ich eine Kopfschmerztablette nehme. Da sind ja also die Gründe für meine Kopfschmerzen ja nicht bekämpft. Also oftmals ist es ja einfach zum Beispiel nur Dehydration oder sowas, dass ich deshalb Kopfschmerzen bekomme. Aber ich nehme dann einfach eine Pille, aber trinke ja deshalb trotzdem nicht mehr. Und der Körper ist ja dann trotzdem noch so ein bisschen in diesem Zustand so, aber ich brauche doch gerade was anderes von dir. Und so ist es eben mit ganz vielen Symptomen auch, die wir dann durch die Einnahme der Pille einfach unterdrücken. Und die Probleme, die wir dann manchmal haben, aufgrund dessen wir diese Symptome haben, weil das ist ja, Symptome sind ja immer nur eine Kommunikationsform des Körpers mit uns. Und die Probleme bleiben ja und verschlimmern sich, wenn man Pech hat, einfach über die Zeit der Einnahme der Pille. Und gerade zum Beispiel Regelschmerzen ist auch ein Postpill-Symptom und darauf zurückzukommen, hat auch sehr oft einfach mit so Mikroentzündungen im Körper zu tun oder einem relativ hohen Entzündungswert generell im Körper. Und die Pille zum Beispiel ist entzündungsfördernd. Also sprich, ich nehme wegen Regelschmerzen, die eventuell darauf basieren, dass ich Entzündungen im Körper habe, die Pille. Die Pille macht alles viel schlimmer. Ich setze die Pille ab und meine Regelschmerzen explodieren. Und dann passiert es leider sehr, sehr oft, dass Frauen dann wieder zurück zur Pille gehen, weil sie sagen, gut, mir ging es ja damit besser. Aber das führt ja, also es verzögert ja alles am Ende nur. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber du hast mir da einfach einen Brocken hingeschmissen, wo ich nicht ungesagt stehen lassen konnte. Weil das ist wirklich ein großes Problem. Das ist ja dann bei der Haut auch oft so, dass die Frauen dann wieder zur Pille greifen, weil das natürlich fies ist, wenn du dann Hautthemen vom Feinsten hast. So ist es. Und gerade ganz viele Frauen in meiner Generation haben die Pille eben gegen Akne auch verschrieben bekommen und haben auch ganz viele Coaches von mir dieses Thema und haben dann eine Riesenangst, dass die eben in der Form oder noch schlimmer wieder zurückkommt. Und genau weshalb Akne grundsätzlich im Körper entsteht, liegt an einem zu hohen Androgenspiegel. Also das heißt Testosteron zum Beispiel ist eben Akne fördernd, unter anderem einer der Gründe, der da sein kann. Und die Pille, die unterdrückt die Testosteronproduktion. Das hatten wir ja auch in der ersten Folge. Also die Androgenproduktion generell wird da unterdrückt. Und deshalb verschwindet die Akne in dieser Zeit. Aber das ist natürlich nur ein Pauseknopf. Also wenn ich nämlich dann aufhöre, die Pille zu nehmen, kann es eben sein, dass mein Ungleichgewicht, das ich zum Beispiel bezüglich Testosteron habe, dann einfach verstärkt zurückkommt, weil mein Körper noch mehr das Gleichgewicht der Hormonproduktion verloren hat in der Zwischenzeit. Also das ist zum Beispiel einer der Gründe für die Akne. Und ich meine, über Akne könnte man jetzt auch wieder ewig sprechen. Da kennst du dich wahrscheinlich auch mit deinem Thema sehr gut aus, denn die Akne hat ja oft auch ihre Ursache im Darm. Also die Haut ist ja eigentlich unser größtes Organ und auch ein großes Entgiftungsorgan. Also einfach eine Art und Weise, wie unser Körper Giftstoffe los wird. Und wenn unser Körper, also unser generelles Verdauungssystem und unser komplettes System, das unsere Hormone verarbeitet, also da zum Beispiel Darm, Leber, Nebennieren und Schilddrüsen, die dann auch beteiligt sind. Wenn das im Ungleichgewicht ist, dann nutzt der Körper eben statt dieser Ausscheidungsfunktion über den Stuhl dann eben die Haut zum Beispiel. Und das führt oftmals auch zu Akne. Da habe ich auch mit der Maria Lazareva. Ich glaube, die folgt ja auch bei Instagram. Ich liebe meine Haut. Mit der hatte ich auch einen Podcast zum Thema Haut, weil sie früher auch Hautthemen hatte und alles in Hormonthemen und da haben wir auch ganz viel über das Thema gesprochen. Und was würdest du sagen, was können Betroffene jetzt machen, wenn sie so Akne bekommen, nachdem sie die Pille eingenommen haben und so weiter? Auch wenn das jetzt nicht, ich sage mal, die Ursache ist, aber was können die Leute machen, um die Ursache anzugehen? Oder zumindest auch vielleicht erst mal das nicht mit so einer heftigen Keule wie Antibabypille zu, ich sage mal, bearbeiten. Und gleichzeitig sich natürlich wohler zu fühlen im Sinne von, okay, dass sie quasi Symptombehandlungen machen, aber auf einem natürlichen Wege, damit sie sich natürlich erst mal wohler fühlen, weil einfach die Haut nicht so heftig diese Themen hat. Und gleichzeitig später dann oder parallel an den Ursachen arbeiten können, sodass sie nicht, ich sage mal, Mindset-mäßig da irgendwie vielleicht verzweifeln, weil sie sehen es ja jeden Tag und das ist natürlich dann noch ziemlich fies. Das verstehe ich. Genau, also für die langfristigen Dinge ist natürlich die Ernährung wieder ein Riesenthema, wo ich dann auch definitiv mit den Coaches reingehe. Für akute Themen, also zum einen ganz wichtig herauszufinden, bevor man einfach losläuft und irgendwas tut, herausfinden, was ist denn die Ursache für meine Akne? Also ist die Ursache zum Beispiel im Darm? Also kann es sein, dass mein Darm einfach gereizt ist, dass meine Ernährung nicht stimmt, dass ich zu viel Zucker oder andere Dinge eben aufnehme, die Akne verursachen können. Also das ist der eine Punkt. Oder, und das geht manchmal einher, liegt es an einem hormonellen Ungleichgewicht? Also habe ich zum Beispiel einen Testosteronüberschuss, da hilft zum Beispiel ein Hormontest. Und einfach erst mal gucken, okay, was könnte die Ursache sein? Es gibt bestimmt noch viele andere Ursachen, aber es sind jetzt mal so zwei. Und dann eben entsprechende Maßnahmen einleiten, also für das Thema Ernährung. Also wenn es am Darm liegt, ist die Ernährung sehr, sehr wichtig. Darmstärken mit zum Beispiel der Darmkur, wie auch in der letzten Folge erwähnt, da einfach seinem Darm was Gutes tun und alles tun, um ihn zu unterstützen. Und beim Testosteronüberschuss sehr wichtig, dass ich einfach dafür sorge, dass meine hormonelle Balance wiederhergestellt wird, was ich eben über mehrere Wochen machen kann. Ich weiß, ich bin immer noch nicht bei den akuten Dingen, die man tun kann, aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig, dass man da einfach sich so einen groben Plan macht und nicht verzweifelt, sondern einfach weiß, okay, mein Körper ist auch keine Maschine, die braucht Zeit. Also da auch einfach gewisse Geduld in Anführungszeichen aufbringen. Ich weiß, Akne ist stimme und sehr belastend und es tut ja auch oftmals sehr, sehr weh. Also das ist ja nicht mal nur etwas Optisches. Entschuldigung, ja, sprechen. Ich wollte nur eher, bevor du zu den quasi akuten Sachen gehst, wobei das eine passt auch dazu, hatte ich noch den Gedanken, was du davon hältst, dass quasi die Frauen, wenn die natürlich jetzt eher die, ich sag mal, männerlastigen Hormone in Anführungsstrichen produzieren, dass sie dann mehr in die Weiblichkeit reingehen und dadurch natürlich die Hormone sich auch ins Gleichgewicht bringen und ob du, weil ja das Nervensystem mit dem Hormonsystem so eng verwoben ist, ob du auf der Ebene, was die Sachen, die du ja erzählst, auch betrifft, das Nervensystem im Endeffekt, aber ob du da speziell irgendwelche Sachen machst oder was du da so für Erfahrungen hast, also im Sinne von jetzt auch H-Mineral-Analyse oder sowas, um zu sehen, okay, wie ist der Stoffwechsel, gibt es vielleicht irgendwie krasse Defizite an Mineralien oder sowas, was das Nervensystem mega stresst oder irgendwas dergleichen, Traumata oder kindheitliche Prägung. Weil ich denke jetzt an eine Frau, die ist zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter und die ist quasi schon ewig quasi fast auf sich allein gestellt, also familiär, sehr, sehr wenig Rückhalt, schon von klein auf viel Gewalt und so weiter und sehr autonom geprägt, also stark sein, das alleine schaffen. Viel in ihrer männlichen Energie. Ja, ja und da quasi das eher stressig ist für sie, überhaupt in die Entspannung zu gehen, weil sie es gewöhnt ist, diesen stressigen Lifestyle zu haben, durchgetaktet zu sein und alles und halt in dieser männerlastigen Position ist im Sinne von, ich muss das Überleben meiner Kinder sichern und so weiter, weil sie eben auf sich allein gestellt ist, also ihren Mann steht und so weiter. Und was denkst du dazu, zu solchen Themen? Ja, also das ist bei mir mit dem Thema Achtsamkeit und auch Mindset natürlich inkludiert in meinen Coachings, dass wir auch ganz viel da reingehen in dieses Erleben, sage ich jetzt mal. Also wie erlebe ich mich im Alltag? Wie sehe ich meinen Zyklus im Alltag? Wie sehe ich meine Weiblichkeit? Was sehr wichtigen Shift einfach auch darstellen kann. Also viele Frauen lehnen ja ihre Weiblichkeit, also in Form von ihrer Periode zum Beispiel, ja auch extrem ab oder gerade auch PMS. Ich lese auch ganz oft in Kommentaren so, ich will das einfach nicht mehr. Wenn ich könnte, würde ich es einfach mir wegwünschen und so weiter und so fort. Genau, also da gehen wir so ein bisschen auch ins Hinterfragen. Es macht ja auch ein Coaching aus, dass im Grunde genommen Dinge bewusster werden. Was jetzt solche Analysen angeht, so tief gehe ich in einem, ich mache ja Gruppencoachings hauptsächlich, also man kann mich auch im 1 zu 1 buchen, das wird aber seltener gemacht. Für sowas wäre tatsächlich das 1 zu 1 wichtiger, was wir wirklich ganz konkret reingehen können und sagen können, was sind denn deine Themen, was sind deine Probleme? Ich gehe eher allgemein drauf, dass ich im Grunde genommen für sämtliche Themen und Problemfelder Tipps gebe, wie zum Beispiel eben auch einen Testosteronüberschuss jetzt allein auf der körperlichen Ebene und auf der mentalen Ebene, wie einfach sehr stark in die Richtung arbeiten. Was ist denn so wichtig an meiner Weiblichkeit, an meinem Zyklus? Was ist das Wertvolle daran? Wie kann ich den für mich nutzen im Alltag, bei der Arbeit und so weiter? Also ich gehe da so ran, dass ich das im Grunde genommen hintenrum abdecke, sage ich jetzt mal. Und in tiefe Traumata oder sowas, ich bin keine Therapeutin, da wenn ich erlebe, dass eine Coachie da Themen hat, verweise ich sie natürlich auch sehr gern an die entsprechenden Fachkräfte, das ist da ganz wichtig. Ja, das mache ich genauso, ja. Ist also für euch auch als Zuhörer, Männlein, Weiblein und so weiter. Oder wenn ihr hier merkt, okay, das Wissen ist cool, das hilft euch aber nicht, auch wenn ihr es mal umsetzt und so weiter, dann kann euch natürlich das helfen, wenn ihr mit einem erfahrenen Therapeuten, Coach, Trainer und so weiter zusammenarbeitet, da wirklich an euren Themen. Weil wir können natürlich in dem Podcast nur über generell Themen sprechen, weil es trifft nie auf jeden Einzelnen zu. Und deswegen ist natürlich für uns auch manchmal die Herausforderung, da Sachen rauszugeben, so wie Ernährung und so weiter oder Mindset, die dann wirklich für euch auch zutreffen, weil es ist halt eher eine Massenabfertigung sozusagen. Und in der Tiefe, im Einzelnen, da braucht ihr dann auch wirklich eine tiefere Hilfe, eine einzelne Betreuung oder irgendwas dergleichen. Oder selbst ein Gruppencoaching kann ja da schon individueller sein für euer Problem, was ihr habt. Ganz genau, da kurz noch angefügt. Und es ist natürlich auch oft so, dass in Coaching, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ganz oft diese Sachen erst aufgedeckt werden. Also ich meine, seltenst laufen Menschen durchs Leben und sagen, naja, ich habe ganz viele Leiden, weil ich habe dann halt ein Trauma hinter mir. Das sind ja schon Leute, die schon den Schritt weiter sind. Also die sind schon so weit, dass sie wissen, ich brauche da wahrscheinlich Hilfe oder ich habe zumindest was erlebt, was mich dann körperlich und mental beeinträchtigt, sage ich jetzt mal, oder beeinflusst. Ich will es jetzt gar nicht so negativ deuten. Das ist schon ein Erfolg, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und dieser Mensch für sich realisiert oder bewusst darüber wird, dass er zum Beispiel in der Kindheit immer Angst hatte, zu Hause zu sein. Also ich habe mich auch immer unwohl gefühlt zu Hause, wenn meine Mutter da war zum Beispiel. Und dass sowas uns chronisch stresst und natürlich irgendwann uns einfach krank machen kann. Und selbst wenn man da mehrere Sessions sitzt und das dann schon der Mensch erkennt, dann ist es schon Erfolg. Ja, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Ganz genau. Und um es auf mein Thema zu münzen, dass Frauen einfach schon immer panische Angst davor haben, diese Periode zu bekommen, weil es könnte jemand sehen. Oder ihnen wurde zu Hause halt gesagt, du bist eklig von Mutter oder Vater. Das kann ja sein. Oder Geschwistern, das immer suggeriert wurde. Oder ein schlimmes Erlebnis, dass in der Schule mit einer weißen Hose halt die Periode mal gekommen ist und man hat es nicht erwartet oder sowas. Das kommt dann auch oft raus und dann sagen auch ganz viele, oh krass. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Erlebnis von vor Jahren mich jetzt vielleicht auch beeinträchtigt und dazu führt, dass ich starke Periodenschmerzen habe, weil einfach mental das so negativ behaftet ist, dass mein Körper schon verkrampft, bevor es überhaupt losgeht. Weiße Hosen sind schon mutig. Ich habe mal, das war glaube ich auf dem Gymnasium, da hatte ich eine weiße Hose. Weil ich hatte keine Badehose. Ich weiß nicht, ob es auf Klasse oder irgendwas war. Ich hatte eine weiße Hose und dann war ich damit baden und das ist natürlich alles durchgesehen. Oh, das vermute ich. Also weiße Hosen sind wirklich mutig. Genau, wo war meinst hängen geblieben? Genau, bei der Akne und so weiter. Und genau, bei den Akutsachen. Möchtest du erzählen, was die Menschen akut machen können, wenn sie jetzt betroffen sind? Ja, sehr gern. Akut hätte ich zum Beispiel den einen Tipp. Also vor allem guckt einfach, dass ihr jetzt nicht mega mit der Chemiekeule in euer Gesicht geht. Also da kommen wir nachher auch noch dazu, zu diesen Hormonstörern. Also in sehr vielen Kosmetika sind halt auch sehr, sehr viele hormonstörende Mittel drin, die dann einfach alles oftmals verschlimmern, also die zeitweise wirken und wenn ihr es dann wieder aufhört, alles nochmal schlimmer wird. Was ein sehr gutes natürliches Mittel ist, ist zum Beispiel Teebaumöl. Teebaumöl ist von Natur aus entzündungshemmend, antibakteriell und führt einfach dazu, dass euer Hautbild sich verbessern kann. Was ich vor kurzem erst gehört habe, aber noch nicht selbst ausprobiert habe, ist zum Beispiel Ziegenmilchseife. Hast du von sowas schon mal gehört? Ich habe es, glaube ich, mal in einem Laden gesehen, aber das meistens, was ich halt störend fand bei den Milchseifen und so weiter, ist halt irgendwie Sonnenblumenöl oder so mit dabei war als Mittel, dass es halt irgendwie in Form bleibt oder irgendwas speziell, dass es halt eine spezielle Eigenschaft noch hat. Deswegen finde ich die Sachen immer schwierig. Ich kenne sonst noch einen Rindertalg und so weiter, weil diese tierischen Fette halt am nächsten an die natürliche Hautschicht, also diesen fettigen Film sozusagen von der menschlichen Haut rankommen und deswegen halt wohl sehr gut sein sollen. Habe da aber jetzt auch noch nichts entdeckt, was irgendwie, weil ich es jetzt nicht selber mache, wirklich, ja, wo ich wirklich sagen kann, ich habe es getestet oder ich kenne das jetzt. Damit arbeite ich jetzt relativ wenig. Ich nehme sonst Aloe Vera Gel, nehme ich jetzt. Das finde ich ganz gut, falls du damit irgendwie erfahren hast. Aloe Vera ist grundsätzlich natürlich auch sehr wohltuend für die Haut, definitiv. Ja, also ganz banal sage ich jetzt mal, auch einfach mal gucken, was ist denn mein Hauttyp und wie muss ich meinen Hauttyp pflegen? Ich glaube, das setzt man so als selbstverständlich voraus. Aber das ist vielleicht auch was, wo man einfach mal ein bisschen hinterfragen kann. Habe ich mir da überhaupt schon Gedanken drüber gemacht? Gebe ich meiner Haut überhaupt die Pflege, die sie braucht? Weil wenn ich sie falsch pflege, dann wird sie natürlich empfindlicher. Und je empfindlicher sie ist, desto eher kann auch durch äußere Einflüsse vielleicht auch eine Akne ausbrechen. Was auch sehr gut hilft bei der Haut, ist immer Zink. Also Zink in irgendeiner Form zu sich nehmen, ob man es jetzt verstärkt über die Ernährung aufnimmt oder über ein Supplement. Es gibt auch hautfreundliche Kräutertees, wie beispielsweise Pfefferminze, wo helfen kann. Oder zum Beispiel Heilerde ist auch was sehr Gutes gegen Akne. Oder ja, Waschungen, basische Waschungen, also auch ein bisschen auf den pH-Wert achten bei den Reinigungsprodukten oder Produkten, die man auf dem Gesicht verwendet. Also das sind so die Go-To-Sachen, die ich bei Akne bei akuten Problemen empfehlen würde. Und meiden, wie du schon gesagt hast, die krassen Chemiekeulen. Also ich habe, glaube ich, sogar als Teenager immer Klerasil genommen. Also sowas alles würde ich auf jeden Fall rausstreichen. Ich hatte da immer Baby Young Care. Ja, also ganz ehrlich, werdet euch bewusst darüber, was ja alles an Inhaltsstoffen in euren Produkten drin sind. Und recherchiert auch mal, was diese Produkte, wo die herkommen und was die mit dem Körper machen können. Und achtet da einfach drauf, weil das ist, die Haut ist einfach sehr durchlässig. Für uns scheint die immer so fest. Aber alles, was ihr auf die Haut schmiert, ist halt direkt in eurem Organismus drin. Das dürft ihr nicht vergessen. Also das ist halt ganz wichtig, was ihr auf eure Haut gebt. Das war jetzt, wir waren jetzt in Kroatien und da war es wieder so, wenn ich das immer gesehen habe, schon die Sonnenschutzcremetube bei 40 Grad in der Sonne. Und dann schmieren die Leute sich damit an. Und dann sagen sie, sie kriegen Hautkrebs von der Sonne. Wahrscheinlich von der Sonnencreme. Genau, hast du sonst noch weitere Ergänzungen zur Akutthematik? Nee, ich würde sagen, da kann man schon echt einiges damit abfangen. Was ich sonst noch gut finde, ist, ich habe so ein Nanfra-Rotlichtgerät. Das feiere ich auch, weil das kann so richtig nah ans Gesicht. Das dringt ja bis tief in den Knochen oder ins Gewebe teilweise auch rein. Und da erreichst du dann, das ist sehr regenerativ, das feiere ich halt ziemlich, muss ich sagen. Das hilft mir sehr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Akne habe, aber ich kenne das jetzt von der einen Frau, die betroffen ist, auch die Akne hat, dass sie auch sagt, sie merkt einen deutlichen Unterschied, wenn sie jeden Tag mal fünf bis zehn Minuten das straight auf ihr Gesicht knallt, dass das schon einfach nicht so hoch kommt, das ganze Thema, dass das angenehmer ist. Mir fällt gerade noch was ein, wenn ihr zum Beispiel Akne am Rücken oder sowas habt, denkt auch mal dran, öfter eure Shirts zu wechseln. Also zum Beispiel kenne ich ganz viele Leute, die zu Hause halt immer mit den gleichen Sachen rumlaufen, so gemütlichere Zuhause-Klamotten und dann oftmals vergessen, das Shirt halt regelmäßig zu wechseln. Also gerade wenn ich Probleme am Rücken habe, dann solltet ihr auf jeden Fall jeden Tag, auf jeden Fall komme, was wolle, ein frisches Shirt anziehen. Auch mal auf eure Bettbezüge achten und solche Sachen. Also man muss natürlich auch ein bisschen auf die Umgebung achten bei schlechter Haut. Auf jeden Fall, ja, gerade wenn ich jetzt so irgendwie dran denke, früher so ein T-Shirt gekauft bei New Yorker oder so für drei, vier Euro gefühlt und dann ist es aber eigentlich alles nur Plastik und ist alles nur so richtiger Trash eigentlich. Und auch bei dem Bettzeug, wir waren jetzt, wo wir da jetzt waren mit den Unterkünften, das war so widerlich, die haben teilweise auf diesen Betten, die diese Plastikauflagen, wo du richtig merkst, du schwimmst in deiner eigenen Suppe und ich vergesse das dann immer. Und bei den Kindern habe ich es dann drauf gelassen, das war jetzt durch die Früchte und das viele Wasser in den heißen Regionen, haben sie nämlich doch auch mal ein, also der große oder der Sonne, man hat einmal eingepulert oder zweimal. Da ist das dann schon hilfreich, aber du schläfst halt echt mies da drauf und bei uns haben wir den dann abgemacht und das macht schon eine Menge aus, ob du Plastik oder Biobaumwolle oder Eukalyptusfaser, Schafschuhwolle, was nicht auch alles an Naturmaterialien gibt. Also das macht schon mega den Unterschied, ja. Genau. Kleine Aussprache. Was wir jetzt gar nicht besprochen haben, sind weitere Postpill-Symptome, wenn du möchtest oder wenn ihr Zimmerer möchtet, kann ich da noch ein paar aufzählen. Ihr sagt mal, ob ihr das wollt. Ja, wir wollen. Ja, wir wollen. Ich habe das jetzt gehört, also deshalb sage ich dir jetzt. Also wir haben ja eben die Akne oder Regelschmerzen, aber auch verstärktes PMS. Wie äußert sich PMS? PMS äußert sich zum Beispiel auch eben durch vermehrte Pickelbildung oder Akne in der Phase, bevor die Periode kommt. Und aber auch extreme Stimmungsschwankungen, sprich ich gehe irgendwie sofort in die Höhe oder ich kann so gefühlt nichts ertragen, sondern habe sofort irgendwie so das Bedürfnis da, mich zu äußern dazu. Das sind so Sachen, oder ich habe häufiger Streit mit meinem Partner. Was aber auch Symptom sein kann, ist zum Beispiel Wassereinlagerungen. Also ich habe das früher und ich habe manchmal, wenn ich einen schlechten Zyklus in Anführungszeichen habe, das auch manchmal so noch, dass ich Wassereinlagerungen in den Brüsten habe. Also so geschwollene Brüste, die auch sehr schmerzempfindlich sind und auch dann einfach wehtun, weil sie einfach wesentlich schwerer sind, als sie normalerweise sind. Das kennen, glaube ich, auch ganz viele Frauen. Das ist auch so ein typisches PMS-Symptom. Und diese ganzen Symptome können sich eben verstärken nach dem Absetzen der Pille. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch das Problem, dass der Libidoverlust, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, eben da ist oder schlimmer wird nach dem Absetzen. Dass wir eine Gewichtszunahme haben, dass wir einen hohen Blutzuckerspiegel haben, ein sehr geschwächtes Immunsystem. Ich habe ja auch von den ganzen Entzündungen im Körper gesprochen durch die Pille. Das schadet natürlich alles auch unserem Immunsystem, abgesehen von den geschwächten Organen, die da auch natürlich beteiligt sind. Es kann dadurch auch eine Nebennierenentzündung entstehen, Schilddrüsenunterfunktion, Darmprobleme. Also ich habe ja schon vom Leaky Gut Syndrom gesprochen, aber auch andere, also Reizdarm oder sowas, kann auch alles durch das Absetzen der Pille verursacht werden. Dass die Periode komplett ausbleibt, ist ja auch was, was mir passiert ist. Ich habe tatsächlich auch Coaches, die haben ein Jahr lang ihre Periode nicht bekommen oder noch länger. Ich habe so viele Freundinnen, die sagen, ach, ich nehme die Pille, bis ich dann schwanger werden möchte. Ja, und dann passiert es einfach, dass ihr dann ein Jahr eure Periode nicht bekommt. Das bedeutet, dass ihr keine Eisprünge habt und nicht fruchtbar seid. Also nicht zwangsläufig, aber meistens. Und entsprechend ist es dann halt mit dem Kinderwunsch auch erst mal noch vertagt. Also das sind so alles ein bisschen Probleme. Wenn das überhaupt noch klappt dann manchmal, ja. Manche sind ja dann, dann entdecken sie nämlich das auf einmal richtig krasse Themen haben und sind dann jahrelang damit beschäftigt, das irgendwie hinzukriegen. Genau, also da sind wir bei einer anderen Nebenwirkung, die beim Einnehmen der Pille passieren kann, aber auch danach sich nochmal verschlimmern kann, ist zum Beispiel Depression oder generell depressive Verstimmungen. Das ist ja auch was, was mir passiert ist. Und das ist einfach was, ja, wie du sagst, dann kommen die eigenen Themen hoch. Bei einer Depression extrem und man, ja, also bei mir war es eben so, dass ich dann einfach auch nichts Positives mehr sehen konnte in meinem Leben. Es wurde immer dunkler. Und ja, ich zwischendrin auch gedacht habe so, okay, also weiß ich nicht, ich möchte das alles nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist immer so dramatisch, aber also ich habe mir wirklich gedacht, okay, am liebsten würde ich morgen über die Straße laufen und wenn ein Auto dann ist, alles für mich erledigt, bin ich froh. Und ich glaube, das ist nicht schön. Also wenn es euch so geht, sucht euch bitte therapeutische Hilfe. Mir hat es sehr geholfen. Und das kann aber auch ausgelöst sein eben durch die Pille oder durchs Absetzen der Pille. Es gibt auch Studien dazu, dass gerade wenn in der Pubertät also sehr früh die Pille angefangen wird zu nehmen, dass das Risiko für eine Depression also um einige Prozentpunkte, ich glaube sogar um mehr als 100 Prozent höher ist, als wenn ich die Pille nicht einnehme. Das Risiko wird wieder ein bisschen niedriger, wenn man sie länger einnimmt. Aber ja, sorry, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, das anzusprechen, weil ich habe das ganz lang nicht richtig zuordnen können. Ich wusste nicht, wieso es mir so schlecht geht. Und ich habe mich immer weiter durchgekämpft. Und als ich das dann erfahren habe und auch den Zyklus eben für mich entdeckt habe und wusste, okay, zum Beispiel, da sind wir schon bei den Zyklusphasen, aber der zyklische Herbst, das ist die Zeit vor der Periode, in der auch die meisten Frauen PMS haben, ist so eine Phase, da sinken all unsere Hormone ab. Und das kann auch dazu führen, dass wir uns einfach generell ein bisschen trauriger fühlen, alles ein bisschen krasser wahrnehmen, also auch mit einer negativen Brille vieles auch wahrnehmen und auch unser Selbstvertrauen sinkt. Und das führt halt alles dazu, dass das sich noch viel schlimmer anfühlt. Genau, bin ein bisschen abgeschweift, aber das sind so Symptome, die nach dem Absetzen der Pille auftreten können und die auch noch Jahre danach einfach da sein können und man gar nicht mehr so richtig die Zuordnung hat, so okay, hat das vielleicht mit der Pille zu tun. Ja, da können wir gleich noch reingehen in die Zyklusphasen. Hi, ich bin Lisa, deine Zykluscoachin und wunderbar, dass du dir gerade diese Podcast-Folge anhörst. Falls du nach der Folge mehr wissen möchtest und dir eine Begleitung auf dem Weg hin zu einem glücklichen, schmerzfreien Zyklus wünschst, dann melde dich gerne bei mir unter kontakt.lisastober.de oder schau auf meiner Website vorbei, wir verlinken sie dir in den Shownotes unten. Du profitierst von meiner jahrelangen Erfahrung als Zykluscoachin und zusammen finden wir einen Weg, dass du endlich deine Beschwerden los wirst und endlich mit deinem Zyklus glücklich wirst. Ich freue mich, den Weg mit dir gehen zu können. Bis bald! Wie ist deine Meinung oder Erfahrung zum Thema Medikamentenausleitung, was so Babypill und so weiter angeht? Inwiefern? Es gibt ja, dass quasi die Stoffe, die da halt drin sind, die im Körper halt noch irgendwo angesammelt sind oft, dass du quasi die ausleitest und dann kann es halt sein, dass zum Beispiel, wenn du jahrelang Schmerzmittel genommen hast oder so, dann machst du eine Medikamentenausleitung, dass es dann halt auf einmal diese Schmerzen wieder hochkommen, sozusagen, weil das alles wieder Signale gibt und so weiter. Und es dann aber wieder besser wird, weil quasi die Entgiftung dann natürlich besser ist, wenn es raus ist alles. So ist es. Also so kann es auch tatsächlich bei der Entgiftung von der Antibabypille sein, dass die Symptome erst mal ein bisschen schlimmer werden, aber durch zum Beispiel auch die Organsanierung man einfach am besten dafür sorgt, dass die Gegebenheiten da sind, dass es eben nach dem Schlimmerwerden dann besser wird. Also ich bin generell immer dafür, also oftmals ist es so, damit es besser wird, muss es manchmal erst mal noch mal ein bisschen schlimmer werden. Genau, das passiert auch dort. Das hat zum Beispiel auch die Akne, das kann schon auch hochkommen. Okay, dann lass uns mal in die Zyklusphasen reingehen. Du kannst vielleicht kurz einen Überflug geben über die verschiedenen Zyklusphasen und dann würde mich interessieren, wie du das im Alltag lebst. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, du bist ja selbstständig, deswegen hast du wahrscheinlich auch, ich sag mal, ja, hast du einen Vorteil sozusagen, dass du dich ja selber großteils takten kannst, dein eigener Boss bist dann, dass wir noch mal schauen, wie können es Menschen machen, die nicht selbstständig sind, die vielleicht in einem klassischen 9-to-5-Job sind, wie es immer so heißt. Das würde mich noch interessieren. Also gerne mal die Zyklusphasen mal beschreiben. Sehr gerne. Also wir haben ja im Grunde genommen vier Zyklusphasen, also so rein physisch. Wir haben die Periode, wir haben die Follikelphase, das ist die Phase, in der das Follikel heranwächst. Dann haben wir die Eisprungphase, das ist die Phase, in der das Follikel dann bereit ist und das Ei sozusagen springt und wir fruchtbar auch sind. Und danach kommt die sogenannte Lutealphase, das ist die Phase, in der im Grunde genommen dann alles vorbereitet wird, in der Regel für die potenzielle Schwangerschaft. Und dann kommt wieder die Periode, also dann startet der Zyklus von neuem. Ich persönlich finde das Vier-Jahreszeiten-Modell total schön, weil es einfach die Zyklusphasen ein bisschen anschaulicher gestaltet. Dazu gibt es auch oft kritische Stimmen und ich erkläre auch gleich, weshalb. Das Vier-Jahreszeiten-Modell sagt, dass wir im Grunde genommen im Verlauf unseres Zyklus die vier Jahreszeiten durchleben. Also die Periode ist der zyklische Winter, darauf folgt der zyklische Frühling, also die Follikelphase, was ja auch total gut passt, so rein vom physischen, was abläuft. Also das Ei, also das Follikel wächst heran, wie eben im Frühling der Samen sprießt und dann eben auch die Pflanze eben wächst. Dann der zyklische Sommer wird eingeleitet durch unseren Eisprung. Das ist auch die Phase, in der das Hormon Östrogen vorherrschend ist, was so ein bisschen so ein majestätisches Hormon ist. Das ist auch der Grund, weshalb wir Frauen uns besonders selbstbewusst in dieser Phase fühlen und auch besonders viel Energie haben und uns stark fühlen. Das hat auch mit dem Östrogen zu tun. Und dann beginnt durch den Gelbkörper, das ist etwas, das zurückbleibt, wenn das Ei springt. Also im Grunde genommen, wie dieser Rück, was zurückgelassen wird, die Follikelhülle wird zu einer Drüse vom Körper umfunktioniert. Das ist auch ein krasses Wunderwerk. Also unser Körper bildet jeden Zyklus eine neue Drüse, eine neue Hormondrüse aus. Und diese Drüse bildet dann Progesteron. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Hormon, also das zweitwichtigste in unserem weiblichen Zyklus. Und das ist dann auf dem Höhepunkt, wenn unser zyklischer Herbst startet und im zyklischen Herbst, ja, empfinden wir das auch so ein bisschen so. Also der Sommer ist ja dann so, wir gehen raus. Also es ist wirklich so wie im äußeren Sommer, sage ich mal. Wir haben Lust, unter Menschen zu sein. Wir sind total im Austausch. Wir sind sehr selbstbewusst. Und im zyklischen Herbst ist es dann eben wieder andersrum. Also zum Beispiel unsere Balkonmöbel holen wir im Herbst dann langsam wieder rein, decken sie ab, bereiten uns auf den Winter vor. Und genauso ist es tatsächlich innerlich auch. Also unser Körper bereitet theoretisch alles für eine potenzielle Schwangerschaft vor. Wir kehren uns wieder so ein bisschen mehr nach innen. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr Selbstfürsorge. Wir haben aufgrund der ganzen hormonellen Prozesse, die da ablaufen, auch ein bisschen weniger Energie zur Verfügung, weil unser Körper in dieser Zeit eben auf Hochtouren dann daran arbeitet, eine potenzielle Schwangerschaft vorzubereiten. Wir haben einen höheren Puls auch zum Beispiel, eine höhere Körpertemperatur. Und das alles kostet natürlich Energie. Also hier auch ein Tipp an Frauen, wenn ihr zum Beispiel vor eurer Periode oft auch so Stimmungsschwankungen habt oder viel Heißhungerattacken, denkt dran, dass ihr im zyklischen Herbst auch mehr Kalorien braucht. Also euer Körper läuft auf Hochtouren. Man sagt so im Schnitt so 200 Kalorien braucht man in dieser Phase mehr. Und wenn man die eben nicht zuführt, dann kann das eben zu Stimmungsschwankungen führen, weil der Blutzuckerspiegel in den Keller rauscht oder eben auch zu Heißhungerattacken. Genau. Und ich finde dieses Modell total schön, weil da man im Grunde genommen so ein Bild im Kopf hat, wie läuft mein Zyklus ab und wie könnte ich mich potenziell in den unterschiedlichen Zyklusphasen fühlen. Die Kritik daran ist natürlich, dass ich habe erst vor kurzem eine Story gesehen, dass es dann auch so eine Art self-fulfilling prophecy ist. Das heißt, wenn ich mir sage, im zyklischen Herbst, also in der Phase vor der Periode, da bin ich müder, da bin ich kraftloser, da habe ich Heißhungerattacken oder sowas, dass das sich dann erfüllt, weil ich mir das schon so vorstelle. Das kann schon sein. Dennoch finde ich es gerade in meinem Coaching total wichtig, den Frauen einfach so einen groben Leitfaden an die Hand zu geben. Und die meisten meiner Coaches erkennen sich in dem Moment, wo ich ihnen das erzähle, wieder, was ja widerlegt, dass es eine self-fulfilling prophecy ist, weil da kannten sie das Modell ja noch nicht. Und das ist halt auch total schön, sich darin so ein bisschen wiederzufinden. Und jeder erlebt seine Zyklusphasen unterschiedlich und das ist ganz wichtig, aber man braucht natürlich eine Basis für die Beobachtung. Das ist auch, was ich im Zykluscoaching dann einfach beibringe. Also wie beobachtest du deinen Zyklus? Wie erkennst du, in welcher Zyklusphase du dich befindest? Und neben körperlichen Symptomen finden sich dort eben auch mentale Themen wieder. Das heißt, ich merke einfach zum Beispiel im Frühling, wenn meine Energie wieder zurückkommt. Also im Winter bin ich auch eher zurückgezogen, nach innen gekehrt, brauche eher ein bisschen Ruhe. Während der Periode bin ich da eher sehr kreativ und sehr mit mir selbst verbunden, auch sehr intuitiv. Und im Frühling rausche ich dann wieder los, da kommt die Energie. Und es spüren ganz viele Frauen, dass die Energie zurückkommt. Und deshalb finde ich es ein ganz tolles Modell. Und es gibt ja dann auch wieder ein Stück weit die Entspannung, wenn die dann das Gefühl haben oder merken, okay, so wie sie sich fühlen, das ist okay für diesen Zeitraum. Also das ist nicht irgendwie ungewöhnlich und sie sind nicht schlechter, weil sie sich jetzt so fühlen oder so. Ja, für mich war das eine Riesenerkenntnis. Ich habe nämlich immer ein Riesenthema mit Energiemanagement gehabt. Ich bin halt so ein höher, schneller, weiter Mensch. Und ich wollte immer einfach 100 Prozent leistungsfähig sein. Ich habe da auch einfach einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Zum Glück kenne ich den inzwischen und kann damit umgehen. Und da hat mich das immer total gestört, dass es halt Phasen im Monat gab. Und als ich das Zyklussystem noch nicht kannte, dachte ich so, sag mal, wieso kriege ich denn überhaupt nichts auf die Reihe? Ich verstehe das gar nicht. Und war dann so unzufrieden mit mir selbst. Und seitdem ich dieses Modell kenne, weiß ich einfach, es ist so toll. Ich weiß einfach, das ist nichts, was immer da ist. Das ist auch was Tolles. Man beobachtet ja das Positive dann auch und nimmt nicht nur das Negative wahr, was ja auch oft so ein bisschen das Problem ist. Und dann sehe ich ja, okay, es gibt Phasen, da sprudle ich vor Energie. Und dann gibt es halt die Phasen, da bin ich auch gerade drin vor der Periode. Da ist halt einfach weniger Energie da. Und da geht es dann einfach darum, gut mit der Energie zu haushalten. Und dieses Wissen allein, das sagen mir auch ganz viele Coaches, es ist schon so heilsam, einfach zu wissen, es ist nicht, ich bin nicht immer kraftlos, ich bin nicht immer müde, sondern es ist immer in einer bestimmten Phase in meinem Zyklus. Und da kommt es wahrscheinlich sehr oft oder vielleicht auch immer, aber dann ist es auch okay, weil es ist eine befristete Zeit und die Energie kommt wieder zurück. Ja, das ist durchaus nachvollziehbar, auch aus meiner Sicht so in den Erfahrungen, die ich habe mit den Menschen, die Darmthemen haben, dass sie sich dann endlich mal verstanden fühlen oder wissen, dass das normal ist, auch mal irgendwie einen Tief zu haben und so. Und dass dadurch sich schon sicherer fühlen, entspannter sind. Du hast jetzt gerade schon ein paar Themen angesprochen, die jetzt für den Übertrag in den Alltag halt sehr, sehr relevant sind. Also wie sieht jetzt bei dir, kannst du, ich meine, ich überlege gerade, wie man es irgendwie formulieren oder wie ich es fragen kann, hast du einen klassischen Alltag, wo du sagst, okay, das ist so ein klassischer Monat bei dir? Kannst du das irgendwie so eintakten, wie lebst du quasi diese verschiedenen Jahreszeiten und hast du da Tipps und Tricks sozusagen für die Frauen, die zu hören, wie die das quasi für sich dann umsetzen können, dass sie eben sich nicht so fühlen, als wäre was nicht mit ihnen in Ordnung oder dass sie das auch so timen können vielleicht. Also was jetzt gerade, wenn ich mir vorstelle, früher, ich habe eine Ausbildung im Büro gemacht und da war es ja, von Montag bis Freitag haben die alle die gleichen Arbeitszeiten quasi. Manche wechseln vielleicht mal die Schichten und so, aber das ist ja überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise zyklusgerecht. Eher Männerlastig für den Zyklus vom Mann, also für die Frau, aber total unpraktisch einfach. Und da frage ich mich, okay, wie kannst du das machen, wenn du so einen Job hast, dass du einigermaßen da gut durchkommst, ohne dass du halt ständig quasi dich krankschreiben kannst. Ja, sehr gerne. Also zum einen mal, wie lebe ich das in meinem Alltag? Also dieses Wissen über den Zyklus und auch über die unterschiedlichen Zyklusphasen bei mir selbst, dafür ist es so wichtig auch zu lernen, wann finden denn meine Zyklusphasen statt und wie kann ich das beobachten? Weil sonst, natürlich kann ich mir jetzt sagen, in vier Wochen, da ist es so, da ist es so, da ist es so, aber ganz selten ist ein Regelzyklus 28 Tage lang. Also die meisten Zyklen sind ein paar Tage länger oder ein paar Tage kürzer bei den meisten Frauen, also niemand hat so einen 28-Tage-Zyklus. Entsprechend ist nicht jede Phase eine Woche lang, wie in so einem normalen System jetzt aufgezeigt wird. Also das ist der erste Schritt, einfach zu erkennen, wie sehe ich oder wie fühle ich, in welcher Zyklusphase ich mich befinde. Und ich habe zum Beispiel meinen Zyklus eben über mehrere Jahre beobachtet und ich kann so grob voraussagen, wie meine Zyklusphasen aussehen und wann die stattfinden. Und ich habe das bei mir in meinen Kalender einfach so als laufenden Termin, sage ich jetzt mal, reingepackt. Also jetzt zum Beispiel steht heute und die folgende Woche in meinem Terminkalender oben einfach zyklischer Herbst. Und das ist für mich ganz wichtig, weil dann weiß ich einfach, in dieser Woche plane ich mir jetzt zum Beispiel nicht übel viele Gespräche wie jetzt unser heutiges ein, aber das heute ist ganz gut. Ich plane mir keine Treffen mit Freunden ein oder in der Regel auch keine Festivals oder Konzerte oder sowas, weil ich in dieser Zeit eigentlich lieber bei mir bin und mit mir bin und vielleicht nur so mit meinem Partner oder vielleicht ein, zwei Freunden im Austausch. Also das heißt, sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben achte ich in Zyklusphasen, wo ich weniger Energie habe wie im Herbst und Winter, einfach darauf, dass ich weniger plane. Und klar kann ich jetzt als Selbstständige bei der Arbeit sagen, ich plane das live oder zum Beispiel die Podcast-Aufzeichnung einfach so, dass ich das zum Beispiel meinen zyklischen Sommer mache, weil ich da einfach total selbstbewusst bin und da total die Energie auch dafür habe. Wenn ich jetzt angestellt bin, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber dennoch darf man hier auch erkennen, und das ist auch immer ein großer Teil des Coachings, man muss sich nicht immer allem sofort beugen, was einem durch die Arbeit vielleicht vorgegeben wird. Also natürlich hat man immer so das Gefühl, naja, aber wenn mein Chef jetzt sagt, ich muss diese Präsentation vor 20 Leuten halten am Donnerstag und ich weiß, ich kriege da meine Periode. Ja, musst du das wirklich, ist jetzt die Frage. Also da auch so ein bisschen hinterfragen, wo sind meine eigenen Grenzen, wie kann ich aktiv Grenzen setzen, kann ich Termine vielleicht auch verschieben, solche wichtigen Termine zum Beispiel. Und da einfach sich ein Stück weit auch Selbstbestimmung in seinen Arbeitsalltag reinzuholen, weil ja, wir sind wo angestellt und ja, wir kriegen da Geld dafür, aber dennoch sind wir keine Leibeigenen. Und in der Regel, und das hoffe ich für euch alle, sollte eine gewisse Flexibilität da sein, dass sich zum Beispiel Termine einen Tag verschieben lassen oder vielleicht am besten Fall sogar eine Woche. Und je besser ihr auch anfangt zu kommunizieren mit euren Vorgesetzten oder euren Kollegen, desto mehr Verständnis wird da auch einfach aufgebracht werden. Also auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn das sich für euch gut anfühlt, kommuniziert offen. Ich bin in der Phase vor meiner Periode, nehmt es mir nicht übel, ich bin jetzt gerade ein bisschen direkter und ich sage einfach frei raus, was ich denke, weil das ist einfach eine Phase, da wollen wir einfach ohne Umschweife kommunizieren, weil wir mit anderen Prozessen beschäftigt sind, da haben wir keinen Bock für bla bla. Warnt einfach vor und sensibilisiert eure Kollegen oder wenn ihr auch Probleme mit schmerzhaften Perioden habt, dann warnt einfach eure Kollegen vor, sagt so, hey, nächste Woche ist die Phase meiner Periode, mir ist es ganz wichtig, dass ihr versteht, ich möchte nicht, zum Beispiel, ich möchte nicht aktiv zu Hause bleiben oder ich möchte nicht, es ist mir selber unangenehm, mich krank melden zu müssen, aber ich habe da so starke Schmerzen. Oder an dem Tag kann ich halt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Lager arbeite oder so, ich kann jetzt halt nicht so schwere Sachen heben oder sowas, kann mich da vielleicht in der Phase jemand unterstützen oder vielleicht kann auch mal eine Kollegin einen wichtigen Termin übernehmen. Ja, nehmt euch zum Beispiel auch einfach eine Wärmflasche mit auf den Arbeitsplatz. Ganz ehrlich, heutzutage ist es doch gar kein Thema, dann sitzt ihr halt am Arbeitsplatz und habt eure Wärmflasche auf dem Schoß liegen. Also ich finde, wir sollten viel offener mit dem Thema umgehen und ich verstehe, dass es ganz viele nicht wollen, auch sagen so, ich möchte nicht mit meinem Chef teilen, weil ich meine Blutung bekomme, das kann ich voll nachvollziehen. Da müsst ihr immer für euch so ein bisschen Weg finden, vielleicht auch einfach kommunizieren, so das ist jetzt eine Woche, da ich habe nicht viel Energie oder mir geht es nicht so gut oder sowas in die Richtung sagen, also müsst ihr auch nicht ganz direkt aussprechen. Genau, also das sind so Themen, wo ich immer sage, und kleine Dinge können halt auch helfen. Also gerade in der Phase des Herbsts oder Winters, geht doch mal, steht einfach mal eine halbe Stunde später auf, geht eine halbe Stunde später zur Arbeit. Oder nehmt euch nur fünf Minuten, wenn ihr so fixe Arbeitszeiten habt, fünf Minuten länger im Bett, die können euch so gut tun, die fallen aber keinem auf. Oder ihr gönnt euch mehr Pausen in diesen Phasen, also geht halt mal noch eine extra Runde spazieren, was ihr normal nicht machen würdet. Oder wenn ihr zum Kaffeeautomaten geht, geht bewusst und ein bisschen länger dahin und lasst euch da Zeit und hetzt euch nicht so extrem. Seid einfach ein bisschen gnädiger mit euch selbst und stellt nicht so hohe Ansprüche in diesen Phasen an euch. Ja, mega. Ich finde es auch sehr wichtig, sich selbst da die Grenzen zu setzen und die natürlich auch nach außen zu kommunizieren. So ist es. Sonst kann sie ja niemand wissen. Und wenn wir die selber nicht kommunizieren und selber vielleicht gar nicht wissen, wo unsere Grenzen sind, wie sollen sie dann gewahrt werden, vor allem von anderen Leuten? Das war ein Riesenthema in meiner Therapie. Also Grenzen setzen war für mich ein Riesenproblem. Deshalb kann ich es auch so gut nachvollziehen, wie schwer einem das fällt. Also glaubt mir, I've been there. Ich weiß es. Aber das Interessante ist wirklich, probiert mal aktiv, Grenzen zu setzen. Und ihr werdet merken, die Welt wird nicht untergehen. Und ganz wichtig für mich auch, wenn das richtige Menschen sind, die in eurem Leben sein sollten, gerade Freunde oder sowas, die akzeptieren das auch, wenn ihr Grenzen setzt. Die sind vielleicht am Anfang mal ein bisschen verwirrt, weil sie sich denken, das kenne ich von dir gar nicht, dass du Nein sagst. Aber je öfter ihr das macht, desto eher ist auch euer Umfeld das gewohnt und kann sich auch darauf einstellen. Es ist ja manchmal nicht mal unbedingt, sag ich mal, extra so, dass sie euch zu arg fordern oder über eure Grenzen gehen, sondern sie sind sich dessen einfach nicht bewusst. Und deshalb ist es so wichtig, das zu kommunizieren. Das ist ja auch so, manche, die haben ja dann auch Angst, so nach dem Motto, wenn ich jetzt absage, da kündigt mir die Freundschaft oder mein Partner, mein Partner macht Schluss, wenn ich da nicht bin. Und dann einfach so, dass das meistens gar nicht wirklich die Konsequenz ist, beziehungsweise dass es eigene übertriebene Wahrnehmung oder Erwartung ist. Und das meistens für andere eigentlich überhaupt, ja, okay, keine Zeit, okay, passt. So, das ist irgendwie, ja. Total. Meistens nur Vorstellungen. Ja, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe damals, wollte ich noch erzählen, im Büro, da war es aber so klassisch irgendwie, ich hatte Gleitzeiten. In einem gewissen Rahmen natürlich. Und dann hatte ich, ich hatte so gut wie nie Überstunden oder so. Ich hatte dann eher so Überminuten. Ich hatte auch mal so ein paar Minusminuten, weil ich das immer sehr, sehr nah beieinander gehalten habe. Und wenn ich dann immer so gehört habe, dass die anderen Leute irgendwie so 100 Überstunden haben, die sie noch nicht mal bezahlt bekommen, wo ich mir immer so dachte, okay, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich komme, früh sitzen die schon da. Und wenn ich gehe, sitzen die noch da. Du siehst die Menschen gefühlt noch an ihrem Arbeitsplatz. Und das fand ich immer so krass, weil die überhaupt gar nicht Nein sagen konnten, gar keine Grenzen setzen konnten. Und dann wurde ich halt drüber angeguckt, wenn ich pünktlich ein- und ausgestochen habe. Das ist schon eine weirde Wahrnehmung. Dann wird das als Schwäche von solchen Personen wahrgenommen, dass du das machst. Dabei ist es die größte Stärke zu sagen, nein, die Arbeit ist nicht mein volles Leben. Ich kann das jetzt sagen. Ich bin inzwischen selbstständig. Ja, mein Beruf entspricht vielerlei meinem Leben. Aber ich weiß halt auch einfach, ich mache das für mich und für mein Unternehmen, für mein Projekt und für mein Herzensthema in dem Fall auch. Aber sich für jemand anderen abzurackern, damit der noch reicher wird, das war bei mir auch zum Glück noch nie der Fall, außer es musste zwingend sein. Ich musste zu Überstunden gezwungen werden. Das war auch schon öfter der Fall. Ja, und dann wirst du wirklich behandelt wie so ein Leibeigner. Also wer will das? Wer fühlt sich da toll? Ja, dann lieber mal das Unternehmen hinterfragen. Ist so, ja. Und ich meine, es scheint ja bei uns beiden ähnlich zu sein, dass wir beide Erfahrungen gemacht haben, beziehungsweise machen. Also erst Angestelltenverhältnisse und so weiter und mal auch wie ein Leibeigner behandelt werden. Und dann halt Selbstständigkeit, wo du halt weißt, okay, du hast dir das selber aufgebaut, bist da hingekommen und weißt es auch wertzuschätzen und bist dankbar dafür. Aber dass quasi wir das auch aus eigener Kraft aufgebaut haben, so ein Stück weit. Da ist Grenzen setzen natürlich noch mal auf einem ganz anderen Level wichtig. Also ich weiß noch, ich bin jetzt so gerade über das erste Jahr. Mein erstes Jahr kannte ich nicht wirklich Grenzen. Also da habe ich 24-7 gearbeitet, weil ich das nicht kannte, dass ich für ein Projekt arbeite, das wirklich mein Herzblut ist und wo ich einfach weiß, ich kann so viel bewegen und so viele Leute inspirieren und helfen. Da musste ich dann auch einfach lernen, diese bewussten Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, aber ich muss mich auch ausruhen, weil sonst klappe ich zusammen und das hilft dann niemandem. Ja, ist so. Das war bei mir jetzt auch der, ich glaube, erste richtige Urlaub mal so lange, seit zwei oder drei Jahren quasi, auch durch die Selbstständigkeit. Sonst irgendwie immer mal Handy, Instagram betreut, aber diesmal alles auf Eis. Und dein Business lebt immer noch, ne? Ja, gut, das ist jetzt doch noch ein großes Mal. Unvorstellbar, aber wahr. Ja, aber war auch ein harter Weg dahinter. Also hätte am Anfang jetzt auch nicht geklappt. Kennst du ja auch. Ja. All right, dann würde ich sagen, das ist ein ganz guter Übergang noch, um nochmal, dass du nochmal erzählst oder generell erzählst jetzt, was du, wem du helfen kannst jetzt, was du, wo die Leute dich finden, die Zuhörer, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen oder einfach mehr von dir erfahren wollen. Wir packen das, was du alles durchgeschickt hast, natürlich in die Beschreibung der Folgen. Und genau, was da noch auf die Leute zukommen kann, wenn sie sich da eingeladen fühlen von dir und mit dir einfach noch mehr in die Thematik reingehen wollen. Ja, sehr gerne. Also ihr seid bei mir richtig, wenn ihr die Pille absetzen möchtet, euch aber nicht traut, wenn ihr jetzt wisst, okay, ich habe jetzt gelernt, ich sollte die nicht kalt absetzen, sondern mich vorbereiten. Ihr seid bei mir aber auch willkommen, wenn ihr die schon länger abgesetzt habt. Ihr seid bei mir auch willkommen, wenn ihr die Pille nie genommen habt und einfach sagt so, ich habe trotzdem Probleme, das kann ja auch passieren. Also wenn ihr unter PMS leidet oder Regelschmerzen habt und einfach kein Ein, kein Aus wisst, wenn ihr einfach schon erfahren habt, dass es einfach wichtig ist, sich um euch selbst zu kümmern, euren eigenen Körper kennenzulernen und jetzt nicht sagt, okay, ich nehme einfach wieder die Pille und dann ist alles gut, dann freue ich mich sehr, euch auf eurem Weg zu unterstützen und euch das Thema Zyklus näher zu bringen und euch natürliche Wege zu zeigen, wie ihr einfach die Probleme, PMS und Regelschmerzen angehen könnt. Und ihr habt Glück, wenn ihr Lust habt, könnt ihr zu meinem kostenlosen Webinar kommen. Da stelle ich meinen Zyklus Schlüssel vor und meine sechs Schritte, die ich entwickelt habe, um PMS und Regelschmerzen nach dem Absetzen der Pille anzugehen und was man da tun darf. Das ist am 13. August um 19 Uhr. Wir packen euch den Link auch in die Shownotes. Das ist eine tolle Chance. Das ist dieses Jahr das letzte Mal, dass ich dieses Webinar machen werde. Also nutzt sie. Ansonsten biete ich regelmäßig Zyklus Coachings an. Das sind Gruppencoachings, also zehnwöchige Gruppencoachings, in denen wir eben diese Themen durchsprechen und in denen ihr von mir die Begleitung auf eurem Weg habt, um durch diese ganzen Themen durchzukommen und euer Gefühl für euren Zyklus und euren Körper zu verbessern und euch einfach auch da was sehr Gutes zu tun. und ich nehme euch auch an die Hand, dass ihr die Pille erfolgreich absetzt und zeige euch alternative Verhütungsmethoden. Wer jetzt sagt, ich habe ein konkretes Zyklusproblem, ich weiß schon ein bisschen was über meinen Zyklus. Ich brauche konkrete Unterstützung. Der darf gerne zu mir in mein 1 zu 1, in den Zykluscheck kommen. Da starten wir mit einem Hormontest und dann sprechen wir anhand eurer Ergebnisse eben durch, was bei euch hilfreich sein könnte, wie ihr einfach eure Probleme angehen könnt, was euer Körper jetzt braucht und wie ihr euch unterstützen könnt. Und ihr findet mich auf Instagram unter lisastobermentoring mit Punkten zwischendrin getrennt oder unter lisastober.de findet ihr auch meine Website und könnt euch da einfach noch weitergehend informieren. Und ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Wenn ihr Fragen zu der Folge habt oder sowas, meldet euch sehr gerne über Instagram oder per Mail bei mir. Genau, auch wenn ihr irgendwie was besonders hilfreich fandet oder irgendwas noch mehr wissen wollt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr die Folge wie immer teilt, falls ihr Betroffene kennt, also irgendwen kennt, der Thema Menstruation, Hormone, irgendwie das wissen sollte, um zu helfen, einfach den Horizont dazu eröffnen. Weil viele Menschen es einfach nicht wissen, dass da solche Themen sein können. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir dabei helfen, das einfach ein bisschen voranzubringen. Und genau, Lisa, dann danke ich dir für deine Zeit, für das Gespräch. Und ja, wünsche euch allen, also Zuhörern und auch dir, Lisa, einen wundervollen Tag. Und bleibt schön in Bewegung und geschmeidig. Vielen Dank. Ciao, ciao, Lisa. Ciao. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen. Wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast? Dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein-und-physis.de. Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles Weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.